Musik 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 Ja? Ich würde ein bisschen schauen. Natürlich. Ich glaube nicht, dass er das gefällt. 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 Er sieht gut aus. Hm. Muss ich irgendwas kaputt machen, damit er irgendwie ausdrücken muss? Nice sturdy workbench. Everything is laid out just how I need it. Oder muss ich hier irgendwas anders hinlegen? Aber hier kann ich auch keine einzelnen Sachen auswählen. Wenn ich austauschen muss oder sowas. Ich würde das rausziehen. Ich muss das irgendwie austauschen. Musik 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 No you don't. Hey, don't touch that. It's not for sale. Ach, man. Ich muss ihn nur loswerden. Besser mit dem Stock. Nein, das ist auch kein Ding. Das muss irgendwie eine logische... Das muss irgendwie eine... Wenn ich da die Nägel und den Hammer habe, dann kann ich wahrscheinlich die Tür drüben zunageln und habe erstmal Zeit. Und dann kann ich auch irgendwas mit dem Bett machen wahrscheinlich, weil da sträubt er sich noch vor, ins Bett zu steigen oder das durchzuführen, weil Lagoy im Moment zurückkommt. Kann man irgendwas zum Sinken bringen oder so? Dass der... Er muss auch seinem Geschäft raus. Ich glaube, nichts Explosives oder so. Können wir hier in der Küche wahrscheinlich irgendwas machen und anzünden. Jetzt unentschlossen. Ich finde immer noch interessant, dass man den Herd... Weil er sagt, er ist kein Koch. Ich bin kein Koch. Ich habe nie viel für Rodenssägen. Ich liebe Vichysoise. Ich liebe Vichysoise. Ich habe nie viel für Rodenssägen. Ich habe nie viel für Rodenssägen. Aber ich hätte jetzt auch keinen anderen Ansatz. Also insofern müsste ich wahrscheinlich jetzt jedem... jedem Hinweis nachgehen. Aber das Quarantäne gab... Du meinst da wegen der Seuche da, ne? Ja. Also jetzt, ja. Also ich... Ach Mann. Es fehlt wieder so ein klitzekleines Puzzleteil. Es fehlt wieder so ein klitzekleines Puzzleteil. Ich komme nicht drauf. Also wir gehen hier mal nach. Aber ich glaube eigentlich nicht, hätte ich gesagt. Ich will nochmal zum Friedhof nochmal gehen. Das ist zumindest ein Ansatz. Also ich hätte jetzt keinen besseren, hätte ich gesagt. Deswegen, äh, ich glaube das war das hier, ne? Oh, das ist so schön. Warnung. Quarantäne-Tomb. Inhabitäter haben von Green-Tong-Fever. Es sieht aus, als wäre es geöffnet worden. Aber dann wieder, warum würde ich da gehen? Weil Pudelberg das gesagt hat? Es sieht aus, als wäre es geöffnet worden. Aber dann wieder, warum würde ich da gehen? Ähm, von ihm. Aber ich brauche glaube ich diesen Ab... Diesen Abholschein brauche ich wahrscheinlich. Ich muss von Lago den Abholschein klauen. Und dann zu dem Wäschetyp gehen. So stelle ich mir das vor. Ähm... Der Wäschetyp möchte so einen Abholschein haben. Also hier... Nicht, dass ich hier schon wieder etwas übersehen habe. Ich hatte ja bei Monkey Island 1... Hatte ich ja auch irgendwas übersehen. Was dann irgendwie... Da war dann irgendwie so ein Krater. Oder so eine kleine... Aber ich glaube, hier ist es ein bisschen offensichtlicher. Captain Dread wird nichts bringen. Ich habe jetzt mehr Coole. Aber die kann ich auch nicht investieren. Noch nicht. Das würde wahrscheinlich später kommen. Weil ich dann auch wahrscheinlich irgendwie hier losmette. Hm. Die Perücke habe ich nicht mehr an dem. Die wollte er sicher auch nie aussetzen. Ich brauche diesen Abholschein. So oder so. Deswegen. Ich muss in sein Zimmer. Wahrscheinlich im Bett irgendwo ist dann dieser kleine Zettel. Ich muss nur verhindern, dass Lago wieder reinkommt. Und das kann ich mir im Moment nur so erklären, dass ich hier die Nägel und den Hammer klaue. Und das dann verbarrikadieren. Dazu muss aber der Zimmermann weg. Wie kriegen wir das denn? Also ich meine, das würde ja halbwegs Sinn machen dann auch. Holzbein kann ich dann auch noch mitnehmen. Aber warte mal, die schla... Warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich das Holzbein klauen? Wobei das jetzt eher eine Verzweiflungstat ist. Ich versuche das Holzbein zu klauen und versuche das dem Zimmermann zu geben. Weil die schlafen jetzt hier komplett durch. Das wäre nicht wunderschön. Warum nicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann kriege ich auch seine Klamotten. Also das macht ja alles Sinn. Und die reagieren gar nicht mehr. Die reagieren gar nicht mehr. Die reagieren gar nicht mehr. Die Frage, ob ich überhaupt klappiere noch. Oder das ist... Was wir sehen? Ich rede nochmal mit ihm. Was ist denn mit dem Schmuggeltuch? Kannst du das... Vielleicht. Ich würde gerne ein paar Klamotten holen. Du hast dein Klamotten, Sonny. Nein, ich habe nicht mein Klamotten. Du musst mich nicht schreiten. Ich kann dich hören. Aber ich kann dir keine Klamotten geben ohne ein Klamotten. Ich habe eine Laundrie-Type-Question. Zwei? Eigentlich nichts. Ich bin keine Klamotten. Nein, ich habe keine Klamotten. Ich habe keine Klamotten. Ich glaube nicht, du würdest. Ach. Also ich kann nur was abholen mit dem Abholscheinen. Das ist... Ich meine, das ist soweit ganz klar. Ich kann mir nur im Moment erklären, dass ich den Schreiner eben halt erstmal... So und wenn ich das dann habe, da habe ich die Voodoo-Puppe. Dann können wir Lago einen Flug auflegen. Sie sind vielleicht bei Wally irgendwie vielleicht... Hallo? Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier gerade abgeht. Das Stadion tobt und in diesem Sinne ein herzerfrischendes Moin Moin hier aus der Sprecherkabine. Ich bin der Hardy und hier bei Louis geht es jetzt rund. Hardy ist am Start. Hallo, Hardy. Grüß dich und herzlich willkommen. Hardy. Muss man hier vielleicht irgendwas zertrümmern oder so? Stapel Papier. Nehmen wir noch mal eins mit. Kann ja nicht schaden, um ein frisches Stück Papier zu haben. Moin, Hardy. Äh, Bett. Die Frage ist, können wir hier irgendwas zerstören, dass der Schreiner herkommen muss? So in die Richtung, Leute. Ist das klein? Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Achso, ey, warte mal, warte mal, warte mal. Was haben wir denn da? Wobei ich mir da jetzt auch noch keinen Reim drauf bilden könnte. Was? War jetzt schneller? Der Arne. Soll ich ihm das jetzt geben und irgendwie mir... Ich werde nie einen neuen anbauen können. Alles sieht alles blöd. Ja, ich auch. Wie soll ich das jetzt anders verwenden? Aber wie sollte ich das jetzt anders verwenden? DANG! Ich meine, ich werde ihn sehen, dass er wieder klauen kann. Vielleicht... Can't I do anything right? Oh, there it is. Thanks. Das war alles? Ich dachte, er gibt mir jetzt Geld oder... Das war schuld. Ich muss mir jetzt nur noch einen Reim drauf bilden, was ich damit machen kann. Hm. Also habe ich noch einen Monokel zusätzlich. Das scheint nicht zu funktionieren. Das sieht nicht aus. Alles sieht alles blöd. Okay. Hätten wir jetzt Sonne oder irgendwie sowas. Dann können wir dann einen Reim drauf bilden, dass man das eben so als Feuerglas irgendwie so... Hm. Ach du Scheiße. Also mir fehlt... Ich wüsste auch nicht, in welcher Kombination das jetzt Sinn machen würde. Das ist ein Monokel. Ja? Ich würde ein bisschen schauen. Ja? Ich werde ihn losen. Das müssen wir machen. So. Vielleicht noch mal einen Dialog mit ihm hier führen. Oh, schau. Ein tolles Mal. Nicht für Verhältnis, aber. Ich hoffe, meine Mutter würde mir helfen, es zu finden. Wenn sie vivo wäre. Ich wollte es unterscheiden. Ein Mann. Ich hoffe, sie schauzen sie. Ich kann nicht aufmerksam. Ich bin Angst. Ich habe aufklonend den Moment. Ich bin nicht gel quandoen. Entschuldigung. Das macht. Ich bin schon. Wie ist das, wird es? Ich bin Largo. Nun war ich eier brauchen kann. Soll ich ihn jetzt fertig machen? Ja, ich hab's gesehen, aber du bist auch... Du bist auch so unfassbar undankbar. Nochmal. Das war's. Keinerlei Vorteile, Nachteile, nix. Oh, der war schnell gewesen. Ja, tschüss. Huch, jetzt bin ich das erste Mal aus dem Spiel rausgeflogen. So, zack. Wieder das Problem, dass wenn ich mit meiner Maus an den Bildschirm reinkomme. So. Gut, ich hab ein Monokel. Können wir das irgendwie sinnvoll einsetzen jetzt schon? Ja, da ist der Tablet hier. Ja, da ist der Tablet hier. Wie, er muss noch wieder sehen? Oder? No, thanks. Oh, gut. Wir versuchen mir mal ein paar Sachen zu geben. No, thanks. No, thanks. Das macht ja auch alles keinen Sinn. No, thanks. Ich hab immer noch den Eimer. Ich hab immer noch den Eimer. Ich würde mal ein bisschen schauen. Natürlich. Nicht mal das Geld nicht mehr. Oh, man, ich wüsste genau, was ich hier alles machen muss. Adi, wie wird mein Zimmermann los? Was? Der kann Cocktails machen. Ich brauche einen Ausweis. Ach, Mann, das ärgert mich. Irgendwas Kleines ist es wahrscheinlich nur. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann das nicht nennen, Papa. Hm. 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 Das fernageln. Das wär doch alles sinnvoll, oder nicht? Das seh ich hier, Emos. Ich hab schon alles so mühsam abgeklappert. Das Bett benutzt er erst, oder durchsucht er erst, wenn die Tür zu ist. Das kann nur durchsuchen. Nice. It's stuck open. Die klemmt. Was muss ich tun? It's a bit on the tattered side. Hm. I don't wanna polish that. Oh, Mann. Das ist auch interessant. Das die klemmt. Find ich auch schon sehr interessant. It's a bit on the tattered side. It's empty. Stop pestering me! I was just leader. Am Lieber, bin ich komplett aufm Holztrip? Briefwörtlich. Was ist mit dem Gästenbuch da? Ich glaub, da stand einfach nur drin, dass da eine Person drin ist. Das ist ein Ding. Das ist genau. Ich hab jetzt den Gästen. Das ist eine Art. Ein Ding. Es ist ein Ding. Ich muss jetzt den Gästen. Ich muss ein Ding. Ich hab eine andere Seite. Das ist ein Ding! Ich habe nicht den Gästen. Ich habe das Ding. wie können wir das auch mal irgendwas übersehe ich gesagt inventar habe ich gold ja so ein verkostetes papier mit spucke einmal holzpolitur schaufel wo du einkaufsliste wo ihm die sachen zusammen tragen muss nichts spektakuläres messer faden stöckchen käsereste papier und monokel ich kann mir nur keinen rein drauf bilden gesagt also ich könnte mir vorstellen nägel und bretter und dann haust du da immer zu und fertig es ist irgendwie als würde mir etwas noch fehlen the bloody lip bar and grill help wanted one week salary in advance bei ihm kommen wir weiter wenn ich einen ausweis habe bei ihm ich habe mir das monoke geklaut ohne zu wissen was er damit macht karten kann ich da auch nicht klauen ihn muss ich irgendwie loswerden werde ich nicht ich gehe mal zu meinen lagerfeuer leuten vielleicht erzählen mir etwas neues wer weiß vielleicht erzählen mir etwas ich weiß es nicht den stock kann ich auch nicht mit der tür benutzen das war eigentlich mein erster gedanke auch oder einer meiner ersten gedanken wir reden mit denen noch mal ja vielleicht können wir irgendwie noch einen hilfreiten tipp geben he's back a togy we don't have any marshmallows do you guys know any more piratey songs oh i wish i could parley some french with governor marley i'd say to her boule vu okay that's enough no songs about governor marley looks like guy brush is still carrying a torch for the governor too bad he can't even talk to her in english well i'll see you salty dogs later steaming weenies 20 feet hmm this door appears to be locked i can't dig that daddy ach man 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 es kann nämlich auch sein dass ich irgendwo was untersehen habe was mir wahrscheinlich dann weiterhelfen würde das könnte natürlich auch sein aber wo aber wo brauchst erst jedenfalls würde ich mal so tippen marschmallows ne aber denen hier vielleicht es kann sein aber es gibt noch eine würstchenbude macht aber auch kein sehen brauche jetzt keine würstchen oder so wie gesagt ich glaube es ist nur eine kleine sache da brauche ich erst wieder hin was über sich denn da unten brauche ich nichts da auf dem friedhof eigentlich auch nichts und links auf den steg ja da waren wir schon das ist captain dread captain dread möchte er erst ablegen wenn es soweit ist ich kann jetzt auch ruhig einen sprint hinlegen und der wartet auch seinen talisman aus 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 Es ist mir wieder. So, ich sehe. Was kann ich für dich in diesem Zeitpunkt machen? Nee, das willkomm ich auch nicht, oder? Warum kann ich nicht dein Schiff schützen? Wie ich gesagt habe, Mann, ich habe mein Glück, ich, der die Welt sah, den Schiff zu sehen hat. Außerdem, Lago hat ein Embargo auf der Eiland. Ich muss gehen. Ich muss viel Trefferhütung machen. Wenn ich dem jetzt das Monocle gebe, hat eigentlich auch keinen Sinn. Oh. Ja, toll. Ist das Ding weg? Okay, aber jetzt könnte ich das Schiff scharten. Das ist nur das Embargo noch. Ja. Okay, also das Lieder ist nur ein Embargo. Dann kann ich ihn chartern. Okay. Bye, Mann. Come again. Hat insofern schon mal eine Kleinigkeit, dann räume ich aufs Monocle nicht mehr irgendwie, dann räume ich da keinen Reim drauf bilden. Aber ich muss das Embargo noch loswerden, damit wir hier loschartern können. Dann komme ich von der Insel runter. Das wäre schon mal, so weit, so gut. Aber das muss ich erst mal eine Voodoo-Puppe haben. Nee, ich habe die auf Marshmallows angesprochen. Dann meinten sie, das ist nur die Bindel, die bei dem einen in der Augenhöhle sitzt. Wo er so eine Augenklappe vorhat. Vielleicht finden wir da irgendwie noch einen Hinweis oder irgendwas. Schwierig. Das kann jeder Grabschein alles sein. Stan's casual Crosses, für Graves, die nicht brauchen, um zu schrauben. Ich kann das nicht schrauben, Vater. Ich kann das nicht schrauben, Vater. Ich kann das nicht schrauben, Vater. Schade, ich dachte, ich könnte das aufschlagen. Hier liegt Nibbles the Dog. Er war ein schlechter Dog. Wir sind glücklich, dass er tot ist. Hier liegt Hank Plank. Hat jemand diesen Namen? Er hatte keinen Geld, wenn er sterben hat, und jemand hat den Funeral. Stan. Es sieht aus, wie es hat sich geöffnet. Nee. Da komme ich auch nicht rein. Ich bin zweifelt, dass ich jetzt hier irgendwie noch was habe. Das haben wir schon aufgegraben. Also jetzt sieht man mal drauf, warum, warum so. I don't want any more gross bones. Ich habe mir gerade, das ist ja auch eher Verzweiflung jetzt eher. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier irgendwie wirklich nach Plan vorgehe. Jetzt würde ich noch etwas übersehen, das ist eben halt das Problem. Oh mein Gott. Ich kann es auch nicht geben. Hier lies Hank Plank. Does anybody recognize that name? He didn't have any money on him when he died, and somebody's got to pay for the funeral. Stan. Here lie the Gordo brothers. Too big for any ship. Let's hope the earth can hold them. Here lie the Gordo brothers. Too big for any ship. Let's hope the earth can hold them. Ich habe jetzt auch versucht, schon neben dem, es muss irgendwo in der Stadt sein. Ich habe ja versucht, auch schon alles in die Hand zu drücken, was ich hatte. Hat nichts gebracht. Er muss irgendwie eine Aufgabe haben oder irgendwas, damit er irgendwas reparieren muss. So zum.